Hallo und herzlich willkommen, liebe Weggefährten, zu meinem neuen Video. Ja, ihr werdet euch wundern, vor mir steht ein Mikrofon. Und diese Folge hier wird sowohl auf meinem YouTube-Kanal als auch als ein Podcast erscheinen. Ja, ich habe mir gedacht, ich spreche ja so gerne für euch meine Podcast-Folgen ein, aber viele von euch sehen mich auch gerne auf meinem YouTube-Kanal. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir verbinden doch einfach beides miteinander. Also, jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß beim Zuschauen bei meiner neuen Folge. Und in der geht es sich um ältere oder alte Hunde. Alte oder ältere Hunde ist eines meiner Herzensthemen. Ich liebe alte Hunde. Ja, ich liebe alte Hunde so sehr, weil ich so viel von alten Hunden lernen durfte. Ich habe ja in meinem Leben mittlerweile so um die 20 Hunde gehen lassen dürfen. Meine Güte, was habe ich gelernt? Wie viele tolle Energien habe ich mitbekommen? Und wie schön war es, mit den alten Hunden gemeinsame Momente zu verbringen? Die Menschen von euch, die jetzt zuschauen oder zuhören und selber einen älteren Hund zu Hause haben, die wissen, wovon ich rede, wenn ich von den Seelenhunden spreche. Hunde, die Seelenhunde, genau, die mit uns zusammen älter werden. Ist das nicht ein Geschenk, dass ein Hund, der am Anfang seines Lebens uns noch mit einigen Dingen nervt, uns richtig auf den Zeiger geht, uns an die Grenzen bringt und wir zu unzähligen Hundeschulen gelaufen sind, um das ein oder andere Problem in den Griff zu kriegen. Meine Güte, wie oft sagt man doch zu einem jungen Hund, boah, wenn du damit nicht aufhörst, dann ist aber was los. Und dann irgendwann werden sie immer älter. Ja, und das ist die Zeit, wo wir unsere Hunde wirklich kennenlernen dürfen. Ältere Hunde zeigen uns ganz deutlich, wo die Grenzen sind. Ja, sie zeigen uns, ob sie noch viel spazieren gehen möchten, ob sie lieber zu Hause sind, wann die Zeit zum Schmusen ist, ob sie Kinder mögen, ob sie andere Hunde mögen. Ältere Hunde sind in ihrer Weisheit unfassbar schön. Es gibt so viele schöne Bilder und Videos von alten Hunden. Also an dieser Stelle, wenn ihr einen alten Hund zu Hause habt, lasst mir doch einfach mal ein Bild von ihm zukommen. Weil ich finde, in den älteren Hunden steckt diese Schleue, diese Ausgeglichenheit, diese Ruhe, aber auch die Raffinesse uns, um die Pfote zu wickeln. Ich liebe alte Hunde, weil sie einfach ihren eigenen Kopf haben und weil Menschen bei älteren Hunden mehr Rücksicht nehmen als bei jüngeren Hunden. Sie passen sich tatsächlich dem Rhythmus ihres Hundes an. Wenn man bedenkt, dass ein junger Hund uns irgendwann immer dazu bringt, viel mit ihm zu trainieren, viel mit ihm zu machen, ihn viel zu beschäftigen und ihn sehr viel zu verändern, so ist es doch bei alten Hunden so, dass wir Menschen dann irgendwann akzeptieren, dass der Hund ist, wie er ist. Ihr kennt das sicherlich auch. Also bei einem jungen Hund, da ist man noch mit den Trainingsmethoden richtig fleißig und bei einem älteren Hund sagt man sich irgendwann, ach komm, Schwamm drüber, ist nicht so schlimm, lass ihn doch einfach. Ach meine Güte, ja wenn er nicht will, dann will er eben nicht. Das finde ich echt sehr, sehr schön, weil gerade alte Hunde helfen uns, auf unserem Herzensweg zu bleiben oder wieder dahin zurückzufinden. Ich habe so viele Hunde gehen lassen dürfen und ich möchte euch an dieser Stelle mit auf einen kleinen Ausflug nehmen, auf einen ganz persönlichen Ausflug, über den ich so noch nie in der Öffentlichkeit gesprochen habe. Ja, ich möchte euch mitnehmen auf eine ganz schwere Reise, die mit ganz viel Leichtigkeit begann. Und zwar hatte ich mal einen Hund und der hieß Trüffel. Trüffel begleitete mich tatsächlich 19 Jahre lang. In meinem Leben war sie immer an meiner Seite, aber sie war ein Ausbund. Sie war der Hund, vielleicht kennt ihr solche Hunde, die das machten, was sie wollten, aber schon von Anfang an. Sie war eine kleine Mischlingsdame und ging immer auf ihre eigenen Abenteuer. Heißt, beim Spaziergang war dieses Sauweib auch schon mal gerne für eine halbe Stunde im Wald verschwunden. Dann kam sie irgendwann wieder und dann habe ich mir geschworen, ihr kennt es sicherlich auch, das war das letzte Mal, du wirst jetzt für immer an die Leine kommen, aber ich bin da nicht wirklich so konsequent geblieben und habe ihr immer wieder ihre Freiheit gegönnt. Ja, sie war ein Freigeist. Sie war so ein Hund, der letztendlich ganz viel für sich entschieden hat. Sie hat nicht so viel mit mir gespielt, sie war eher so ein Hund, der sagte, ich bin so, wie ich bin und ich bin glücklich, so wie ich bin. Und da sie so oft unterwegs war, also sie war nicht nur ein einziges Mal weg, ich kann euch das sagen, sie war häufiger weg. Ich habe mir aber gedacht, sie ist so ein Hund, ja, wenn du den einsperrst, wenn du den zu viel an der Leine hältst, dann wird dir der irgendwann krank. Also schaffte Trüffel es 19 Jahre lang, die meiste Zeit ohne Leine an meiner Seite zu laufen. Ja, tatsächlich, 19 lange Jahre. Und ich durfte so viel über sie und über mich lernen, nämlich, was Freiheit bedeutet, was Freigeist bedeutet, was eine eigene Meinung bedeutet und was die Würde eines Hundes bedeutet. Und an einem ganz speziellen Tag, am 8.11.1999, ging ich, wie immer, meine Runde mit meinen Hunden spazieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich fünf Hunde und Trüffel war immer an meiner Seite. Und an diesem Abend ging ich die Runde spazieren und irgendwann drehte ich mich rum. Vier Hunde waren noch da, aber einer fehlte und das war Trüffel. In diesem Moment war sie weg. Mein ältester Hund, mein Seelenhund, meine Weisheit eines Hundes. Ich bin dann den Weg zusammen mit den anderen Hunden zurückgegangen, um sie zu suchen und ich bin tatsächlich in die falsche Richtung gelaufen, wie sie später herausstellte. In dem Moment war schon klar, ich hatte sie verloren und sie mich. Warum sage ich euch das? Warum erzähle ich euch das? Ich möchte das heute zum ersten Mal erzählen, weil mich das ganz, ganz viele Jahre auch begleitet hat. Ich bin sogar hingegangen und habe anschließend ein paar Stunden bei einem Therapeuten nehmen müssen und nehmen wollen, damit ich diesen Schicksalsschlag verarbeiten konnte. Also sprich, an diesem Abend war klar, ich glaube, ich verliere sie. Ich habe sie dann gesucht, ich habe sie eine Nacht gesucht, ich habe zig Leute eingeschaltet, die mir geholfen haben beim Suchen, auch mit ihren Hunden. Ich habe mich an diesem Abend noch mit meinem Auto festgefahren, mit den anderen vier Hunden im Kofferraum. Dann kam irgendwann Regen auf, dann kam Nebel auf. Ich habe die ganze Nacht durchgesucht, doch sie war verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Ich sage euch das, damit ich euch den Trost gebe, wenn ihr auf dem letzten Weg bei eurem Hund dabei sein könnt, wenn ihr mit ihm zu einem Tierarzt fahren könnt, dann ist das tatsächlich auch in der schwersten Zeit, die ihr dann, oder den schwersten Weg, den ihr dann mit eurem Hund gehen müsst, noch immerhin ein Geschenk. Und genau deshalb sage ich euch das. Also ich habe sie drei Tage und drei Nächte gesucht und dann hat sie jemand gefunden, nachdem er gelesen hat, dass es einen Zettel gab, wo drauf stand, ja, wir suchen unseren Hund und sie ist dann und dann und da weggekommen. Und ein Jäger hatte sie gefunden und sie war überfahren worden und dieser Jäger hatte sie vergraben. Im Feld. Natürlich wollte ich wissen, ob sie es wirklich ist, weil ich keine Lust hatte, sie mein ganzes restliches Leben zu suchen. Ihr könnt euch das vorstellen, ihr verliert euren Hund und dann wisst ihr nicht, wo er ist, ihr würdet ja nicht aufhören, ihn zu suchen. Ich erzähle euch das, damit ihr wertschätzt, wie schön es ist, mit euren Hunden, mit euren älteren Hunden zusammen zu sein. Ja, es ist eine traurige Geschichte. Ja, es ist eine schwere Geschichte. Ja, aber es ist auch die Leichtigkeit, die in euch und in euren Beziehungen mit euren Hunden liegt. Also, achtet bitte darauf, dass ihr eure älteren Hunde, vor allen Dingen dann, wenn ihr euch sehr sicher seid, nicht zu lange aus den Augen lasst. Bei mir war es einfach der Schicksalsschlag. 19 Jahre lang nichts passiert und dann waren das noch keine 20 Sekunden, die darüber entschieden haben, in welche Richtung diese Geschichte jetzt geht. Zum guten Schluss habe ich mich dafür entschieden und habe gesagt, ja, Trüffel, du hast dir diesen abenteuerlichen letzten Weg so ausgesucht, weil du eben ein Freigeist warst. Schon immer. Hätte ich dich vielleicht vom ersten Jahr an immer nur an der Leine ausgeführt, hättest du vielleicht ein paar Krankheiten bekommen, die dich dann, ja, hätten früher sterben lassen. Deshalb, das ist mein Trost und das eine Message an euch, um euch zu sagen, schätzt jeden einzelnen Tag, jede Stunde, den ihr mit euren älteren Hunden zusammenleben dürft. Ältere Hunde sind so faszinierend. Sie haben alles bei sich, um uns zu zeigen, dass wir mehr in die Ruhe kommen sollen. Ich finde, ältere Hunde sind ein absolutes Geschenk. So, worauf müsst ihr achten, wenn ihr einen älteren Hund zu Hause habt? Wie durch meine Geschichte wisst ihr, seid vorsichtig bei den Spaziergängen, vor allen Dingen, wenn es abends dunkel wird. Nehmt sie an die Leine, bedenkt auch immer, ältere Hunde werden irgendwann dement und ihr müsst aufpassen, dass sie nicht in die falsche Richtung laufen. Dann müsst ihr aufpassen, dass es keine offenen Treppen gibt. Ihr müsst aufpassen, dass die Fliesen auf dem Boden nicht so rutschig sind. Vielleicht solltet ihr ein paar Läufer auslegen. Gefahrenquellen wie ein Gartenteich sind ganz, ganz wichtig. Auch irgendwelche kleinen Gartentürschen, wo sie sich einklemmen können oder wo sie vielleicht mit dem Kopf in einem Zaun hängen bleiben können. Also ältere Hunde darf man ein bisschen mehr beaufsichtigen. Genau wie ältere Menschen. Nur sollte man nicht hysterisch werden und den ganzen Tag seinen Hund beschützen. Das ist dann auch nicht sinn- und zweckvoll. Ältere Hunde brauchen vor allen Dingen auch noch Kontakt zu Artgenossen. Ich finde, wenn man so ältere Hunde im Park sieht oder beim Spaziergang im Wald oder wo auch immer, dann finde ich das so wundervoll. Die dackeln da einfach so rum. Die erledigen ihr Geschäft. Die schnuppern hier, schnuppern da. Ja, komme ich heute nicht, komme ich in drei Tagen. Ja, ich habe den Bus verpasst. Ja, kein Problem. Ich nehme den nächsten Dritten. Das liebe ich an älteren Hunden. Also dieses Gefühl von, mir doch egal. Kann ich auch morgen noch machen. Und die Menschen, die bei den Hunden leben, die werden irgendwann auch von dieser beseelten, ruhigen Energie angesteckt. Also lasst euch durch die alten Hunde wirklich zu euch bringen. Schaut mal eurem alten Hund ganz tief in die Augen und er wird euch in die Seele blicken. Erkennt euch in- und auswendig. Und ich liebe es, dass wenn ihr mit eurem alten Hund irgendwo in der Wohnung liegt und auf Körperkontakt geht. Ist das nicht wundervoll? Einfach nur mal ganz in Ruhe ein wenig zu schmusen, den Tag gemütlich zu gestalten, auch zwischendurch mal so ein bisschen rumrülzen und noch zu spielen. Ja, und dann gibt es auch das ein oder andere Leckerchen natürlich nochmal obendrauf, weil, komm, ist ja egal. Das nehmen wir doch alles nicht mehr so ernst. Die Zeiten der ewigen Hundeerziehung sind nun endlich vorbei. Ich liebe es, wenn alte Hunde es schaffen, uns zu erziehen. Wenn sie es schaffen, uns so beizubringen, dass wir irgendwann gar nicht mehr merken, ey, die hat mich vor einer halben Stunde so um die Pfote gewickelt, ist mir gar nicht aufgefallen. Also bedenkt, alte Hunde sind zwar etwas langsamer, aber die sind nicht blöde, ne? Die wissen schon genau, wie sie ans Ziel kommen. Deshalb gibt es auch für ältere Hunde klare Grenzen. Also, man ist dann etwas nachlässiger. Ja, ich bin das auch. Also, bei meiner Marie, die ist jetzt 13, bei der Ola, die ist jetzt 10, ja, die Molly, die wird jetzt auch 10. Da drückt man schon mal ein, zwei, auch vier, fünf Augen zu. Und, ähm, ich finde, dieser Perfektionismus, genau wie bei mir, äh, den hatte ich irgendwann auch mal. Wo hat er mich hingeführt? Ja, in einen Burnout. Und, was habe ich davon gehabt? Nichts. Vor allen Dingen, nichts Gutes. Deshalb, nehmt euch ein Beispiel an euren älteren Hunden. Nehmt euch ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Gemütlichkeit und vor allen Dingen die Ehrlichkeit der alten Hunde. Die könnt ihr euch abgucken. Alte Hunde sind einfach, wie sie sind. Zack. Authentisch. Da gibt es kein Gelb, da gibt es nur Rot oder Grün. Entweder wollen die etwas oder sie wollen es nicht. Und wir finden es auch toll. Also, ich finde das zum Beispiel toll, wenn ich merke, boah, Marie hat da jetzt gerade irgendwie gar keinen Bock drauf. Dann finde ich das gut. Ich finde das gut, dass die ihren Kopf durchsetzt. Habt ihr das auch bei euch? Euren Hunden? Dass die ihren Kopf und ihren Willen durchsetzen und ihr dann so schmunzelnd? Hm, okay. Alles klar. Also, vor drei Jahren hätte ich das noch nicht durchgehen lassen. Aber jetzt, ist okay. Ja, wir lassen schon viele Dinge bei älteren Hunden durchgehen. Und ich finde das auch absolut in Ordnung. Irgendwann ist eh mal vorbei mit der ganzen Hundeerzieherei. Also, vertraut euren älteren Hunden, denn sie sind der Spiegel eurer Seele. die die ,